Führerschein Klass B45 Frage, welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren. Alle Fahrzeuge, die entgegenkommen. Antwort Alle Fahrzeuge, die in gleicher Richtung fahren. Alle Fahrzeuge, die entgegenkommen. Frage, wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen? An Baustellen An Einmündungen von Feldwegen An innerstädtischen Kreuzungen Antwort An Baustellen An Einmündungen von Feldwegen Frage, Sie möchten Radfahrer überholen. Was ist bei der Wahl des Seitenabstandes zu berücksichtigen? Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges Das Verhalten der Radfahrer Ein Seitenabstand von 1,0 Meter ist immer ausreichend. Antwort Die Geschwindigkeit meines Fahrzeuges Das Verhalten der Radfahrer Frage Sie nähern sich einer Schule Kinder verlassen das Schulgelände Womit müssen sie rechnen? Dass Kinder ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen Antwort Dass Kinder mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren Antwort Dass Kinder sich immer verkehrsgerecht verhalten Antwort Dass Kinder ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen Dass Kinder mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren Frage Worauf stellen sie sich ein? Dass der Busfahrer sie vorbeifahren lässt Dass der Bus sofort anfährt Dass der Bremsweg länger wird Antwort Dass der Bus sofort anfährt Dass der Bremsweg länger wird Frage Womit müssen sie rechnen? Damit, dass der Traktor weiter fährt Damit, dass der Traktor wartet Damit, dass der Vorausfahrende stark abbremst Antwort Damit, dass der Traktor weiter fährt Damit, dass der Vorausfahrende stark abbremst Frage Womit müssen sie rechnen? Das Motorrad könnte nach links ausscheren Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten Antwort Das Motorrad könnte nach links ausscheren Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten Frage Wann ist ein Drogenabhängiger zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder geeignet? Wenn er seit 1 Monat kein Rauschgift genommen hat Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird Wenn er seit 6 Monaten kein Rauschgift genommen hat Antwort Erst wenn er mindestens 1 Jahr lang nachweisbar drogenfrei ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird Frage Welches Verhalten ist richtig? Ich reduziere meine Geschwindigkeit Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter Antwort Ich reduziere meine Geschwindigkeit Frage Sie wollen aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren Von links kommen Radfahrer Wer muss warten? Alle müssen anhalten und sich dann verständigen Die Radfahrer müssen warten Ich muss warten Antwort Ich muss warten Frage In welchen Fällen dürfen Sie nicht in eine Kreuzung einfahren, obwohl die Ampel grün zeigt? Wenn ein Polizeibeamter Halt gebietet Wenn an der Kreuzung das Verkehrszeichen Halt Vorfahrt gewähren steht Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der Verkehr stockt Antwort Antwort Wenn ein Polizeibeamter Halt gebietet Wenn ich auf der Kreuzung warten muss, weil der Verkehr stockt Frage Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden? Meter Antwort Antwort 5 Meter Frage In einer Straße sind links und rechts neben der Fahrbahn Parkstreifen zum Längsparken vorhanden. Wo dürfen Parken? Antwort In Einbahnstraßen auf dem rechten oder dem linken Parkstreifen In Straßen für beide Fahrtrichtungen nur auf dem rechten Parkstreifen Antwort In Straßen für beide Fahrtrichtungen auch auf dem linken Parkstreifen Antwort In Einbahnstraßen auf dem rechten oder dem linken Parkstreifen In Straßen für beide Fahrtrichtungen nur auf dem rechten Parkstreifen Frage Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich? Der Fahrer Der Halter Die Haftpflichtversicherung Antwort Der Fahrer Der Halter Frage Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Bus durchfahren lassen. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ich fahre vor dem Bus. Antwort Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ich fahre vor dem Bus. Frage Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den roten Pkw vorlassen. Ich darf als erster fahren. Ich muss die Straßenbahn vorlassen. Antwort Ich darf als erster fahren. Frage Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fahre vor den beiden Pkw's. Ich fahre nach dem blauen Pkw. Ich fahre nach den beiden Pkw's. Antwort Ich fahre vor den beiden Pkw's. Frage Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf einen Bahnhof. Auf eine Bahnunterführung. Auf einen Bahnübergang. Antwort Ich fahre vor den beiden Pkw. Auf einen Bahnunterführung. Auf einen Bahnunterführung. Frage In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren? Nach links. Geradeaus. Nach rechts. Antwort Nach links. Nach rechts. Frage Andere Verkehrsteilnehmer machen Sie auf anhaltend starkes Qualmen Ihres Auspuffs aufmerksam. Was müssen Sie tun? Frühzeitig hochschalten. Frühzeitig zurückschalten. Das Fahrzeug umgehend überprüfen lassen. Antwort Das Fahrzeug umgehend überprüfen lassen. Frage Welche Besonderheiten ergeben sich beim Befahren von Alleen? Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich. Antwort Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht. Die Bäume verschaffen seitlichen Schutz. Antwort Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich. Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht. Frage Wie müssen Sie sich verhalten, wenn sich auf dieser Außerortsstraße ein Stau gebildet hat? Auf den Seitenstreifen wechseln und dort weiterfahren. Auf die linke Seite Ihres Fahrstreifens fahren und in der Mitte eine freie Gasse schaffen. So weit wie möglich zur Mitte fahren, um die Ursache des Staus feststellen zu können. Antwort Auf die linke Seite Ihres Fahrstreifens fahren und in der Mitte eine freie Gasse schaffen. Frage Bei schneller Autobahnfahrt platzt ein Reifen an Ihrem PKW. Wie verhalten Sie sich? Antwort Möglichst auf dem Seitenstreifen anhalten, Warmblinklicht einschalten und Warmdreieck aufstellen. Sofort Vollbremsung durchführen, anschließend auf den Seitenstreifen wechseln. Gas wegnehmen, wenn nötig gegen lenken und vorsichtig abbremsen. Antwort Ein PKW schert nach dem Überholen ohne ausreichenden Abstand vor Ihnen ein. Ich betätige die Lichthupe, um auf die Behinderung aufmerksam zu machen. Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden. Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wiederherzustellen. Antwort Ich bleibe gelassen, um Konflikte zu vermeiden. Ich bremse ab, um den Sicherheitsabstand wiederherzustellen. Frage Während Sie in einem Verkehrsstau stehen, sehen Sie am Rückspiegel, wie sich ein Motorradfahrer an der wartenden Fahrzeugschlange vorbeischlängelt. Wie verhalten Sie sich? Ich hupe und notiere sein Kennzeichen. Ich sorge dafür, dass auch er anhalten muss. Ich lasse ihn vorbeifahren. Antwort Ich lasse ihn vorbeifahren. Frage Sie fahren 100 Kilometer pro Stunde und haben 1 Sekunde Reaktionszeit. Wie lang ist der Reaktionsweg nach der Faustformel? Meter Antwort 30 Meter Frage Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssten Sie abblenden? Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung befahre. Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung befahre. Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und andere blende. Frage Wie dürfen Sie in Ihrem PKW ein 5-jähriges Kind mitnehmen? Antwort Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Becken-Gurt Auf einem hinteren Sitz mit serienmäßigem Dreipunkt-Gurt In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen Antwort In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen Frage Was ist beim Transport von Fahrrädern auf einem Hecktragesystem zu prüfen? Ob das System nach Herstelleranhaben für das Fahrzeug geeignet ist? Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden? Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind? Antwort Ob das System nach Herstelleranhaben für das Fahrzeug geeignet ist? Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden? Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind? Frage Sie haben einen gebrauchten PKW gekauft? Die Hauptuntersuchung ist neu Wann ist die nächste Hauptuntersuchung fällig? Nach zwei Jahren Nach drei Jahren Nach einem Jahr Antwort Nach zwei Jahren Vielen Dank für das Ansehen dieses Video und wünschen Ihnen Ihr Führerscheinwald erhalten Das ist heute Starting� Hungarian Nach ein Jahr klfang 30,00 und Nach zwei Jahren das sind es ist ch